Nicht nur unser Geburtsmonat oder die Uhrzeit beeinflussen den Charakter, auch der Tag unserer Geburt hat Auswirkungen auf die Persönlichkeit. 1. Geboren am Montag Am Montag geborene Menschen gelten als feinfühlig, intuitiv und fürsorgliche Familienmenschen. 2. Geboren am Dienstag Dienstagskindern wird eine kämpferische und mutige Persönlichkeit nachgesagt. Sie gehen stets mit einem temperamentvollen Wesen durchs Leben. 3. Geboren am Mittwoch Mittwochskinder sind besonders wissbegierig, abenteuerlustig und immer offen für Neues. 4. Geboren am Donnerstag Wer an einem Donnerstag geboren wurde, strahlt eine besonders positive Lebenseinstellung aus. Sie gelten als fröhlich und großzügig und sind für jeden Spaß zu haben. 5. Geboren am Freitag Freitagskinder gelten als künstlerisch und kreativ veranlagt, aber auch ein bisschen faul. Im Schlafzimmer gelten sie als besonders gute LiebhaberInnen. 6. Geboren am Samstag Samstagskinder haben besonders ausgeprägte Träume und Ziele und schrecken nicht davor zurück, diese auch stur in die Tat umzusetzen. 7. Geboren am Sonntag Sonntagskinder haben eine besonders positive und selbstbewusste Aura. Das macht sie zu guten Führungspersonen, beruflich sowie auch im Privatleben.